ja hallo liebe youtube gemeinde ich habe noch einen tipp für die multiple einkommensquellen quelle crypto währung im paket und möchte speziell das system was ich aktuell jetzt im team im anschiebe wego crypto das ist ein projekt von blockchain economics das ist das projekt für 2017 möchte ich noch mal ganz kurz erläutern was es alles für boni gibt ich sage aber nicht dass diese boni sagen wir mal für jeden gleich sofort wirken man muss bestimmte sachen dafür tun man muss arbeiten man muss im team zusammenarbeiten um die strukturen zu entwickeln ich lese das mal kurz ab der erste boni ist nämlich direkt der zehnprozentige boni den sie bekommen direkt nach invest speziell dann wenn einer ein partner bei ihnen unten in ihrem binären bein rechts oder links einsteigt bekommen sie von diesem invest schon mal zehn prozent das ist schon mal sicher der zweite boni bei wego crypto ist der sogenannte fast start boni nämlich wenn sie innerhalb von 35 tagen auf die gesamte höhe von 5000 euro oder punkten besser gesagt in einem bein kommen dann die sie selber gesponsert haben bekommen sie noch mal innerhalb von 35 tagen noch mal zehn prozent auch das muss man erst mal erklären das erreicht man nicht einfach mit schnipp und dann ist es dann da da muss man sich die struktur die man aufbaut die partner genau angucken und im team schauen wo setze ich wen hin mit welchem betrag und so weiter und so fort das ist auch networking wenn sie nicht in der lage sind networking partner zu generieren oder große schwierigkeiten haben dann ist das eventuell nicht das richtige geschäft für sie ja sie können aber hier bei dieser wego crypto plattform durchaus mit relativ wenigen partnern ich sage mindestens zwei besser wären sechs oder zehn aber das können sie dann selber entscheiden das richtet sich natürlich insgesamt die höhe des verdienstes richtet sich natürlich daran wie weit sie ihre binären beine entwickelt haben so sie haben dann noch den sogenannten netzwerk bonus das ist der bonus 3 dieser wird quasi jeden sonntag ausgerechnet und kommt ihnen montags quasi zugute da werden quasi von dem stand auf dem einen bein und wird die differenz ausgerechnet zu dem anderen bein und das jeweils schwächere bein darüber bekommen sie dann eine zehnprozentige ausschüttung das ist ein bisschen komplizierter noch das muss man noch näher erklären da sind noch einige sachen zu beachten die ich jetzt hier in diesem kurzen video überblick jetzt nicht vermitteln kann ich bitte darum verständnis und um eine pm bitte so dann gibt es noch mal insgesamt als vierten bonus dann später wenn dieses system richtig läuft noch mal einen zusätzlichen netzwerk bonus auch noch mal von zehn prozent ich sage jetzt ausdrücklich dass diese boni die sind real die höhe der boni ich habe hier nur von prozent gesprochen die richten sich danach wie gut man diese struktur aufbaut wie viel netzwerkpartner man drin hat bei wigo crypto und danach richtet sich dann eben halt auch die höhe von den beträgen die sich in der woche oder pro monat auszahlen kann das erstmal so als kleinen überblick über die vier boni bei wigo crypto mein name ist thomas gern und ich danke ihnen tschüss